Der SC Freiburg gewinnt knapp mit 2 zu 1 gegen den VfB Stuttgart. Die Stuttgarter haben heute wieder eine super Leistung gezeigt, aber haben sich wieder nicht belohnt und so kann man die Abstiegsränge normal nicht verlassen. Die Freiburger bleiben weiter oben dran, was ganz ganz wichtig ist. Ich gönne denen das von Herzen, auch vor allem, dass sie mindestens wieder in der Europa League nächstes Jahr spielen, weil die sind echt eine tolle Truppe. Es war allerdings Führig, der die Stuttgarter in Führung gebracht hat und zu dem Zeitpunkt gar nicht mal unverdient. Das war super rausgespielt, das war super gemacht und das war dann auch der Pausenstand. Bitter wurde es in der zweiten Halbzeit allerdings für den VfB Stuttgart, weil zwei Elfmeter verursacht wurden und das durch denselben Verteidiger, durch Saka Du meine ich, war es. Und einfach nur bitter, erst in der 60. Minute den Schweißgrifo unten links ein. Der Torwart hatte zwar die Ecke, aber war zu präzise geschossen und der zweite Elfmeter, der verursacht wurde, den hat Grifo also besser kannst du den nicht schießen. Der Torwart hatte wieder die Ecke, aber den hat er mit so einer Geschwindigkeit in den Giebel oben rechts rein genagelt. Den kannst du nicht halten, das ist unmöglich und die Stuttgarter belohnen sich mal wieder nicht. Freiburg, Glückwunsch muss ich ganz klar sagen, freut mich, dass die oben dranbleiben und der VfB, der kommt einfach nicht aus den Abstiegsrängen raus. Wie findet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Mal.